Hier ist für Sie Thorsten Sträter. Danke. Ist gut, schönen Dank. Geschichte. Handelt es von meinem Sohn jetzt die Geschichte? Der war da jünger, der ist jetzt elf. Also kein elf jetzt mit spitzen Ohren. Pfeil und Bogen, sondern das bringt jetzt nichts. Folgendes. Sie verlieren völlig den Faden, bevor ich angefangen habe. Da ist keinem mitgedient. Stattdessen eine schöne Geschichte von früher. Postamt. In meinem Alter ist das gar nicht mehr so einfach, Entspannung in den faltigen Barch zu kriegen. Aber jetzt habe ich was entdeckt. Man nennt es Call of Duty. In der Tat ein Computerspiel, zudem aus der Gattung der Ego-Shooter, also Ich-Schießer. Das Tolle daran, man lernt im Online-Modus wirklich mannigfache Kulturen kennen, kann mit ihnen per Kopfhörer kommunizieren und sagt sich selbst schon mal, holla die Boller, schau an, ein Mongole, das ist toll. Und dann versucht man ihn zu töten. Und danach alle anderen. Schönes Hobby. Ist im Prinzip wie Mensch, ärgere dich nicht. Nur ohne Würfel. Und Spielbrett. Und Überlebende. Aber mit Ärger. Ich spiele es auf einem Full-HD-Beamer. Mit Surround-Boxen. Und ja, ich trage Tarnkleidung dabei. Aus braunem Samt. Meine Couch ist braun. Das klingt jetzt komisch. Also der kommt dann immer rein ins Zimmer und dann so Papa. Und ich so, hier, dann wucht ich mich so. Das sieht unterm Strich aus, wie das Sofa in Herren in den Raum kacken. Das spielt jetzt aber keine Rolle. Damals war mein Sohn noch klein und Call of Duty war nix für den. Aber neulich blieb er einfach stehen und starrte auf das, was ich da spielte. Was machst du da? Äh, spielen. Was denn? Wie, was denn? Ja, was? Ja, hier, erwiderte ich und schnippte nach Wortenring mit den Fingern. Sag schnell. Äh, Postamt. Du spielst Postamt? Das ist korrekt, Kind. Ich war ein wenig unkonzentriert, denn das Problem bei Online-Spielen ist, Pause gibt's nicht. Zieh's durch oder geh drauf. Das Spiel lief. Auf der kompletten Wohnzimmerwand war ein verschneiter Hangar zu sehen und hier und da wuselten Gegner herum, dass es eine Art hatte. In diesem Moment nahm ich irgendeinen Blödmann unter Feuer. Es erwischte mich. Mein Gesichtsfeld färbte sich auf einer Fläche von dreimal zwei Meter siebzig rot. Hui, sagte mein Sohn. Was ist das denn? Mein erster Impuls war zu sagen, äh, Fleurop-Grüße. Priemeln. Express. Sowat. Schickst du dem auch was Schönes? Allerdings. Rohrpost. Ich schoss dem Penner direkt ins Fressbrett. So. Zugestellt. Der fällt ja um. Hatte bestimmt einen anstrengenden Tag. Kennst du den denn? Ja klar, wir sind Freunde. Wir schicken uns die ganze Zeit was. Wie heißt der denn? Ich stellte eine Sprengfalle auf. Udo. Das ist mein alter Kumpel Udo. Das stimmt auch fast. Nur, dass er Beastfucker 1266 hieß. Und ich ihn zwar nicht kannte, aber hasste. Genau wie Wemser, Bad Godesburg 17, Kacksuppe 92 und hack, hack, wick, wack, 55, 6, 7, 0. Was hast du da hingestellt? Briefkasten. Prompt latscht mir ein Typ aus der gegnerischen Partei in die Sprengfalle und zerstobt zu grober Mettwurst. Wo ist der hin? Spazieren? Teilweise. Geh wieder ins Bett. Leg dich hin. Der ist ja weggeflogen. Ja. Ist er eine Fee? Ja. Und wie heißt die Fee? Tinker. Bill. Cool, ich will auch Postamt spielen. Nee, nee, nee. Ich ritt mich gerade echt voll in die Scheiße. Was war ich nur für ein Vater? Plötzlich von links ein auf mich geätzter Dobermann. Er ging sofort auf Kehle. Ich brach ihm augenblicklich das Genick. Das war Lassi. Das war nicht Lassi, sagte ich. Das war Lassi. Ins Bett jetzt. Ich stellte noch einige einschreiben zu. Die Suppe spritzte nur so. Das sah aus wie Blut, sagte mein Sohn. Ivo. Da hat gerade einer mit dem Eisenstock gewunken. Das bedeutet, schick mehr Erdbeermarmelade. Das habe ich auch sofort gemacht. Ist ein bisschen was daneben gegangen. Eine verstohlener Blick auf die Uhr unten rechts. Noch 1,40. Urplötzlich rannte eine Gruppe bis an die Zähne bewaffner Deppen auf mich zu. Kacke. Ui, was wollen die denn? Die sind krank. Ich eröffnete das Feuer. Die werden jetzt geimpft. Ich ballerte ein ganzes Magazin leer. In den Kopf? Schluckimpfung ist süß. Kinderlähmung ist grausam. Ich tötete 5, sie kippten um. Das scheint nicht gewirkt zu haben, Papa. Manchmal stößt ein Arzt an seine Grenzen, sagte ich feierlich. Wir sind auch nur Menschen. Also bei Postamt verschickt man Marmelade, streichelt Hunde und macht Schluckimpfung. Jetzt hast du es begriffen. 20 Sekunden. 10. Ende. Gewonnen. Ich schwitzte wie ein Schwein. So, ab in die Falle. Das war toll, Papa. Ja, genau, dachte ich. Das war toll. Morgen spielen wir Battlefield. Oder wie es neuerdings heißt. Puste, Blume, Umfallspitz. Pass auf. Mit ganz viel Rohrpost. Trotzdem war ich mir sicher, dass dieses kurze Intermezzo keine bleibenden Schäden bei meinem Kind hinterlassen würde. Und dieses Gefühl hielt sich genau einen Tag. Dann rief die Schule an und teilte mir mit, dass mein Sohn seiner Kunstlehrerin mit den Worten Sie haben Post! ein 600 Gramm Glas Centis-Konfitüre an den Schädel geworfen hatte. Ich wurde zu einem Gespräch vorgeladen. Ist in drei Tagen. Ich nehme mir schon mal Tarnkleidung in Tafelgrün. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Torsten Sträter, meine Damen und Herren!